Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Madre Immobilien. Heute geht es in dem Video um eine sehr schöne Zwei-Zimmer-Wohnung. Die kann man anmieten. Die ist in Zirndorf, Landkreis Fürth. Wir haben hier ca. 48 m² Wohnfläche. Es sind zwei Zimmer. Und ich würde sagen, schaut euch jetzt gleich mal den Rundgang an. Nach dem Rundgang gibt es die ganzen Fakten zur Wohnung. Also lasst uns loslegen. So, dann gehen wir mal hoch in die Wohnung. Die Wohnung ist ja wie schon erwähnt in einem Dreifamilienhaus. Wir sind hier im zweiten Obergeschoss. So, dann gehen wir mal rein in die Wohnung. Gehen wir gleich mal rechts rum. Alle Zimmer gehen hier vom Flur aus weg. Rechts haben wir dann gleich das Wohnzimmer. Gehen wir jetzt gleich mal rein. Es sind noch Möbel da. Die kommen natürlich alle noch raus. Schwenken wir hier mal. Einmal rum. Also ein schönes großes Wohnzimmer. Ich sage mal bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung ist das ja immer gar nicht so verkehrt. Weil der Lebensmittelpunkt ist natürlich im Wohnzimmer. Gehen wir da mal so rum, dass man das noch mal schön sieht von der Größe her. Und dann können wir gleich wieder zurück im Flur. Da seht ihr jetzt dann auch noch mal den Flur. Ich sage, alle Zimmer gehen vom Flur aus weg. Hier rechts haben wir eine kleine Nische. Kellerabteil ist natürlich auch mit dabei. So, dann gehen wir mal rechts ins Tageslichtbad mit Dusche. Waschmaschine ist hier natürlich kein Platz. Aber da ist im Keller Waschmaschinenraum. Da kann man die Seil-Waschmaschine hinstellen. Läuft alles jeweils bei den Wohnungen über die eigenen Zähler. So, dann gehen wir rechts gleich mal in die Küche. Küche hat ja alle E-Geräte. Küche wird seitens der Vermieter zur Verfügung gestellt während der Mietzeit. Kostet also keine Ablöse, sondern die kann man nutzen. Hier Kühlschrank mit Gefrierfach oben. Hier nochmal auch ein Hochschrank. Also soweit war der Küche bis auf eine Spülmaschine eigentlich alles vorhanden. So, dann gehen wir wieder raus. Schwenken wir gleich links rum und gehen ins Schlafzimmer. Wieder rum. Dann gehen wir mal hinter. Dann seht ihr das hier auch nochmal von der Totalen. Das wirkt jetzt tatsächlich kleiner, wie es ist. Das ist natürlich dem bulligen Schrank auch gewidmet. Gehen wir wieder zurück und dann seht ihr hier nochmal den Flur. Hier rechts haben wir ja die Wohnungseingangstüre. So, das war jetzt einmal der Rundgang zur Wohnung. So, das war jetzt einmal der Rundgang dieser Zweizimmer-Dachgeschoss-Wohnung in dem schönen Dreifamilienhaus im zweiten Obergeschoss. Ohne Aufzug, will ich gleich dazu sagen. Ist ja für viele immer sehr wichtig. Also wie gesagt, kein Aufzug vorhanden. Dann kommen wir jetzt mal zu den ganzen Fakten dieser tollen Wohnung. Wir haben eine Wohnfläche von circa 48 Quadratmeter. Es ist eine Dachgeschoss-Mansarten-Wohnung. Das heißt, die 48 Quadratmeter, da wurden die Dachschrägen natürlich schon berücksichtigt. Also haben wir eine größere Bodenfläche. Die Wohnung ist also, die wirkt etwas größer, weil die Dachschrägen berücksichtigt worden sind. Wie ist die Ausstattung der Wohnung? Wir haben einmal ein Kellerabteil, dann einen Kfz-Außenstellplatz am Haus. Der gehört zur Wohnung mit dazu. Dann haben wir im Keller das Waschhaus. Da haben alle drei Parteien ihre Waschmaschine stehen. Es wird also über die jeweilige Wohnung Strom und Wasser abgerechnet. Zur Ausstattung der Wohnung. Wir haben komplett in der Wohnung Laminatboden. Wir haben Kunststofffenster und alle Fenster sind Außenrollos dran. Wir haben eine Ölzentralheizung, die über die Betriebsnebenkosten abgerechnet werden. werden dann auch jährlich. Natürlich gibt es eine Abrechnung, aber das erklärt sich ja von selbst. Das ist ja selbstverständlich. Dann haben wir hier noch eine vollwertige Einbauküche, die seitens der Vermieter zur Verfügung gestellt werden. Das einzige was fehlt oder nicht dabei ist, das ist halt hier nicht, ist eine Spülmaschine. Also man müsste dann entweder selber per Hand abspülen oder sich selber eine Spülmaschine nachrüsten, wenn man das möchte. Ansonsten, die Wohnung wäre ab sofort bezugsfrei. Die Möbel kommen jetzt noch zeitnah raus. Wo ist die Wohnung? Die Wohnung ist in der Stadt Zirndorf. Die gehört zum Landkreis Fürth. Mit dem Auto ist man in 10 Minuten in der Innenstadt in Fürth. 20 Minuten circa in der Innenstadt von Nürnberg. Man hat hier alle Einkaufsmöglichkeiten. Der öffentliche Nahverkehr ist auch da. Naherholung. Wir sind hier in der Albrecht-Dürrer-Straße, um das Ganze nur ein bisschen einzugrenzen. Also mein Zirndorf ist eine gewachsene Stadt. Da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Man hat hier wirklich alles. Die Wohnung ist sehr gemütlich. Ich würde sagen, alle Singles, Studenten, Wochenend-Heimfahrer etc. Für euch können die Wohnungen hochinteressant sein. Schaut euch das Exposé mal an. Das ist unten in der Videobeschreibung wie immer verlinkt. Da könnt ihr dann auch darüber anfragen, wenn ihr möchtet. Ich habe die Schlüssel. Besichtigungen sind dann kurzfristig möglich. Ansonsten würde ich sagen, vergesst nicht zu liken, den Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr immer einer der Ersten, die die Immobilienangebote von uns bekommen. Ansonsten würde ich mich freuen, euch bei einer Besichtigung begrüßen zu dürfen. Und dann bis bald, bis zum nächsten Video. Macht's gut! Letiz 곳 geht es zum nächsten Video. 3 5 3 2 6 6 Vielen Dank.